Fählen ein, wenn es dich nicht interessiert, das ist ziemlich... Dann brauchst du mich ja nicht voll, aber ne, du Rentner? Dankeschön. Du sagst selber das, was das soll? Und dass es dich interessiert? Anja, es interessiert dich das nicht mehr, oder wie? Also das ist sehr doppelmoralisch, finde ich. Der nervt doch nicht, hast du keine Hobbys? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Oh, die Mama hat gesagt, der günstig. Ja, dann geht keine Ahnung, der nervt halt einfach nicht, ja? Sind sie etwas mad? Kann sein, dass sie etwas mad sind? Uh. Warum machen sie denn das? Ja, das war gerade...